Wir erreichen ein Gebiet mit Kampfhandlungen. Je nachdem, wann das letzte Gefecht, also das Gefecht endet, dann auch in 1955 oder was einfach. Ich brauche nämlich eigentlich noch eine Pause, um Abendbrot zu essen ordentlich. Und ich überlege, wann ich die mache. Wenn du sagst, du willst 1945 Pause machen, dann gehen wir auf 1945. Ah, 1945 klingt gut. Hey, guck mal, wir sind im 6er-Gefecht. Es sind keine Spitfire dabei. Geil, das Gegner-Team hat eine Moskito. Alles klar. Vor allen Dingen, das Gegner-Team hat eine Rotte mit zwei Sechser. Das Gegner-Team hat aber auch nur drei Spieler. Ja, das ist der einzige Vorteil von uns. Ja, toll, wir haben vier. Wobei, Kurel und Mornful sind Spieler, glaube ich. Die sind aber gerade dazugekommen. Ja, Arkhip ist, glaube ich, ein Spieler. Afanasai ist, glaube ich, ein Spieler. Katarina sowieso. Alexei bin ich mir nicht sicher. Ja, okay. Fangen wir mit der Arbeit an. Muss die Fliege ja noch ausstatten. Vor allen Dingen, die Flieger, den ich gerade eben gehabt habe, den kann ich dann noch mit 37-mm-Kanonen bestücken. Oh, 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 oh. Der hat dann als Hauptgefecht, also als Hauptgeschütze, eine 20-mm- und eine 37-mm-Kanone. Ich bin gerade mal ein bisschen durch den Wald geflogen. Ja. Hast du eine Tanne gefunden für Silvester, äh, nein, für Weihnachten? Ja, ich habe ein paar Flipperlinge gefunden. Ja, das ist schön. Seht ihr sie, oder? Jo, sehe ich auch so. Mensch, wer stört mich denn hier? Ja. Störpflugabwehr. Danke. Jetzt klaut er uns die Bunte. Die klauen uns unsere Jobs. Deswegen kämpft wir gegen diese Ausländer erst. Oh, Moment, nein. Das da vorne ist die Key 45, gegen die ich kämpfe. Das ist gleiche Nationalität wie mein Flieger. So viel zum Thema Ausländer-Klauen. Das ist ein Jobs. Wow. Ich habe mich mit der Druck... Hä? Was ist das denn für ein Ding? Ich habe mich gerade mit der Druckwelle getötet. Boah, die Moskito sieht ja geil aus. Ich habe sie nicht getroffen. Ich sehe sie gerade, äh, die von uns aus dem Team. Ja. Dann muss ich da gleich mal hinschalten, sollte ich mal abstürzen. Sollte ich mal abstürzen. Die hat acht, die hat acht Raketen. Vier auf jeder Seite. Nice. Nice. Hört auf, auf mich zu schließen, Flugabwehr. Ich will euch doch helfen, die ganzen Flieger hier runter zu kriegen. Wie hoch seid ihr denn alle? Was ist denn los mit euch? Ich bin auf 15 Meter Meter. Warum tut ihr sowas? Weil zum Beispiel der Bomber hier direkt auf der Höhe ist. Die P2. Hallo. Hi. Gut, dass wir uns nicht so gut getroffen haben. Und schon hat mir jemand den Kill geklaut. Sorry. Und den Kill. Das war ich nicht. Ich weiß. Ich habe es nur anvisiert und schon ist es ekligiert. Das ist meine persönliche Macht. Nein, 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 nein. Oh, lol. Na, endlich. Ah, da kommt die Moskito. Ja, ja, muss auch passend. Ach. Links hier nimmt mich vorher raus. Die Key 45. Meins? Ja. Wo sind die? Die ist gerade über uns hinweggeflogen. Die fliegt gerade vor uns weg. Da kommt sie wieder. Oh, nein. Absolut. Die fliegt nur in Kreisen. Kann ich eh nicht mithalten. Ja. Aber da unten ist eine HS-129b. Da kommt eine P2. Die fliegt gerade im Sturzflug runter zum Bombardieren. Das ist ein Teufel. Das ist doch kein Sturzbomber, oder doch? Nein, ist es nicht. Nimm das. Für deine Dreistigkeit. Na, dann gehen wir noch mal zurück. Pi-129b. Da ist eine IL-2. Ja, die hat richtig Bock, was sie da unten tut. Noch so ein Alex-Sale. Höh? LOL. Ja. Sie hat mich kaputt gebombt. Ja, das passiert manchmal. Ich glaube es nicht. Schnellverschlechtern der Wetterverhältnisse erhalten. Unterstützung muss bald eingestellt werden. Haben sie verstanden? Unterstützung bald unmöglich. Hört man doch gerne. Ja, du kommst immer rein. So. Ich flieg dann gleich mal wieder zur Militärbasis, weil die dürfen wir nicht verlieren. Ja, ich pull gerade den nächsten Bomber runter. Der Gegner steht vor dem Sieg. Da oben ist noch einer, ne? Ja, ich weiß. Aber ich kann leider immer nur einen gleichzeitig angreifen. Irgendwie fehlt mir die Rund-U-Bewaffnung. Das war's. Ab jetzt ist kein Durchkommen zu Ihnen. Sie sind auch nicht allein gestellt. Hat er nicht gerade versucht zu rammen mit dem Bomber? Das gibt auf jeden Fall ein gutes Loch. Ja. Ja. So. Die Kie ist raus. Wer ist der Nächste? Da ist die wahrscheinlich nicht. Eine B-17-D. Was ist das denn für ein Riesen-Schlachtschiff? Die B-17 ist das nicht der andere? Komm, 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 komm. Das ist auf jeden Fall ein Riesen-Bomber. Der Gegner startet in der Militärbasis ein Riesen-Rund. Boah, das kennen wir ja schon. Unsere Militärbasis startet Angriffe auf den Gegner. Das haben wir hier. Den kriege ich noch. Den kriege ich noch. Wir verlieren die Militärbasis. Da sind zu viele gegen die Luftfeuern. Wohin? 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 Da ist die Moskito. Ja geil. Ich will auch einen Moskito erschlagen in diesem Gefecht. Ach, da ist wieder der Kielsteiner. Ja. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich habe auch keine Ahnung. So, wenn wir jetzt noch vier Leute weckillen, bevor die noch drei Punkte bekommen, haben wir gewonnen. Tut man nicht. Gleich war es. Ja, ja, Rang 1. Nö, nö. Ich hatte keine Chance, weil ständig irgendjemand mir mal die Kills genommen hat. Ja, schrecklich dieser Mensch. Ich weiß auch nicht, wer das ist. Ich auch nicht. Den spiele ich nie wieder, hoffe ich.